Moin Leute, hier ist wieder euer Gustavo. Heute wieder mit Gustavo Shorts. Ich werde jetzt probieren, eine Herzoperation zu machen an einem Versuchsobjekt hier. Der hat sich freiwillig gemeldet. Hilfe! Und das Ding ist nämlich, wenn das eine falsche Person macht, kann hier sein, dass die Person... Ey, was macht ihr hier? Ihr seid keine Ärzte! Geht raus! Was macht die Kamera hier? Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal für mehr coole Minecraft Shorts.